Easy Start Web ist ein internetbasiertes Bedienelement für Luft- und Wasserheizungen. Easy Start Web ist auf allen internetfähigen Endgeräten anwendbar, als App und Browserversion. Für Heizungen in Pkw, Reisemobilen, Booten, Transportern oder in Spezialfahrzeugen. Auch über große Distanzen können Sie die Standheizung zielgenau programmieren oder starten. Bereiten Sie Ihr Fahrzeug perfekt auf Ihre Ankunft vor. Mit unbegrenzter Reichweite, bequem und einfach. Und immer erwartet Sie ein komfortabel vorgewärmter Innenraum. Startzeit und Laufzeit lassen sich mit Easy Start Web auch für mehrere Flottenfahrzeuge gleichzeitig programmieren. Für noch mehr Bedienkomfort und optimale Einsatzbereitschaft. Easy Start Web – für ein breites Anwendungsspektrum. Ideal zum Beispiel für Segel- und Motorboote. Wohlfühltemperatur für alle. Die App für Easy Start Web ist sowohl im App Store von Apple als auch bei Google Play erhältlich. Und dank Browserversion sind die Heizgeräte auch mit Blackberry, Windows Phones und anderen Endgeräten steuerbar. Easy Start Web ist nach dem Einbau immer für die Nutzung des stärksten verfügbaren Mobilfunknetzes eingerichtet. Selbstverständlich auch im Ausland ohne Mehrkosten. Mit einem Nutzerkonto sind bis zu fünf Easy Start Web Anwendungen steuerbar. Und Easy Start Web kann weiteren Benutzern zugeordnet werden. Der Timer sorgt dafür, dass die gewünschte Komforttemperatur in Ihrem Auto zum richtigen Zeitpunkt erreicht wird. Und zu jeder Zeit und überall. Der Fahrzeuginnenraum warm ist und die Scheiben abgetaut sind. Easy Start Web ermöglicht eine Online-Ferndiagnose und Wartung durch Ihre Werkstatt. Easy Start Web von Eberspecher bietet Ihnen viele Vorteile. Die Bedienung der Standheizung ist reichweitenunabhängig möglich. Durch den vorinstallierten SIM-Chip sind Mobilfunknetz und Konnektivität von Anfang an verfügbar. Auch im Ausland ohne Mehrkosten. Alle internetfähigen Endgeräte sind kompatibel mit Easy Start Web. Ein weiteres Bedienelement kann zusätzlich genutzt werden. Fünf autorisierte Benutzer können auf die Standheizung zugreifen. Bis zu fünf Heizgeräte sind pro Nutzerkonto steuerbar. Easy Start Web besitzt eine Unterspannungswarnfunktion für die Fahrzeugbatterie. Und eine Online-Ferndiagnose ist möglich. Die Laufzeitberechnung im Timerbetrieb erfolgt auf Wunsch automatisch. Und der aktuelle Status wird im Display angezeigt. Easy Start Web von Ebersbecher. Das innovative, internetbasierte Bedienelement für Luft- und Wasserheizungen. Für noch mehr Komfort.